Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 16. Februar und wir zeigen Ihnen vor dem Wochenende noch, wie aufregend Lantia ins Elektrozeitalter startet und wie günstig ein Volkswagen ID.3 sein kann. On top gibt's noch ein Elektro-Sportcoupé von Chrysler. Chrysler hat mit dem Halcyon-Konzept die Studie eines vollelektrischen Sportcoupés vorgestellt. Der Viertürer baut auf der Stellantis-Plattform STLA Large auf und verfügt über ein 800-Volt-Batteriesystem mit Lithium-Schwefel-Akkus. Die besonderen Batteriezellen stammen von Leiton, einem Batterieentwickler, der von Stellantis unterstützt wird. Der Akkutyp verzichtet auf kritische Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Mangan. Außerdem soll die Leiton-Batterie einen schätzungsweise 60% geringeren CO2-Fußabdruck gegenüber den heutigen Best-in-Class-Batterien ermöglichen. Die Batterie des Concept Cars soll sich zudem während der Fahrt induktiv aufladen lassen. Mit konkreten technischen Daten zu der Batterie oder dem Elektroantrieb des Halcyon-Konzept hält sich Chrysler aber zurück. Es wird nicht einmal eine Reichweite genannt. Dass es zeitnah Lithium-Schwefel-Batterien in Serienautos geben wird, darf also bezweifelt werden. Sonst wären wohl deutlich mehr Vorzüge der Technologie im Vergleich zu NMC- oder LFP-Zellen angeführt worden. Auch zum induktiven Laden während der Fahrt gibt es keine genauen Angaben. In der Mitteilung zur Studie zeichnet Chrysler lediglich das Zukunftsbild, dass man von New York nach Seattle ohne Nachladen fahren könnte. Konkrete Vorhaben zur Einführung der Technologie in den Autos oder der Installation solcher Ladespulen in den USA gibt es aber nicht. Dennoch gibt das Halcyon-Konzept einige Ausblicke auf die elektrische Zukunft von Chrysler. Anstatt von der bulligen Front eines Chrysler 300 wird die Studie von einer aerodynamischen Linienführung geprägt. Die flache Front und der geschwungene Dachbogen sind klassische Ansätze, die Luftführung um die Karosserie zu verbessern. Chrysler hat bislang noch kein einziges Elektromodell auf dem Markt und das neue Konzept wirkt alles andere als seriennah. Die Marke bekräftigt aber ihren Plan, ihr erstes E-Auto 2025 auf den Markt bringen und ab 2028 nur noch E-Autos anbieten zu wollen. Volkswagen bietet seinen ID.3 derzeit im Leasing zu monatlichen Raten von unter 200 Euro an. Das Angebot im Rahmen einer Sonderaktion gilt aber nur noch wenige Tage und auch nur für Privatkunden. In einer Mail ist von einer Rate von monatlich ab 222 Euro die Rede. Dafür gibt es einen ID.3 Pro, also das Modell mit der 58 kWh großen Batterie und dem 150 kW Antrieb. Das Angebot umfasst auch Wartung und Inspektion und geht über 24 Monate bei 10.000 Kilometern pro Jahr. Fällig wird eine einmalige Sonderzahlung von 890 Euro. Wählt man den ID.3 mit dem Aktionspaket Move, gibt VW eine Rate von 259 Euro pro Monat an, eben mit einer etwas besseren Ausstattung. Die Raten, die Volkswagen in der Aktionsmail nennt, sind offenbar kein unrealistisch niedriges Lokangebot, denn es geht noch günstiger. Auf Vergleichsportalen wie Leasingmarkt ist der ID.3 Pro bereits zum Raten ab 151 Euro im Monat zu finden, ebenfalls bei 24 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr. Ein Punkt ist bei diesen Angeboten aber zu beachten. Das Wartungspaket ist Pflichtbestandteil und noch nicht in der Leasingrate enthalten. Es kommen also noch 25 Euro pro Monat hinzu. Die Sonderzahlung von 890 Euro gibt es hier nicht. Allerdings werden Überführungskosten in selber Höhe fällig. Es macht also keinen Unterschied. Leasinggeber ist die Volkswagen Leasing GmbH. Lancia hat den neuen Ypsilon vorgestellt, der als erstes Modell der Marke auch mit reinem Elektroantrieb auf den Markt kommen wird. Der Elektro-Kleinwagen baut auf einer Plattform der Stellantis-Gruppe auf und erhält den bekannten E-Antrieb mit 115 kW-Leistung in Verbindung mit einer 54 Kilowattstunden großen Batterie. Für die Marke Lancia ist die Weltpremiere des neuen Ypsilon, auch wenn das extravagante Design bereits vor der Präsentation bekannt war, eine große Sache. Denn die neue Generation des Kleinwagens bedeutet quasi eine Wiederbelebung der Marke. Lancia hatte zuletzt nur noch die Vorgängergeneration im Angebot. Diese wurde bereits 2011 auf den Markt gebracht und seit 2017 nur noch in Italien vertrieben. Das aber mit Erfolg. Mit rund 45.000 verkauften Fahrzeugen war es 2023 das drittmeistverkaufte Auto Italiens. Mit dem neuen Ypsilon sollen auch wieder andere Märkte in Angriff genommen werden. Dabei gibt es bei der Technik keine Besonderheiten, sondern erprobte Massenware aus dem Stellantis-Konzern. Wie zum Beispiel auch der Peugeot E 208 und der Opel Corsa Electric nutzt der neue Lancia die eCMP als Basis. Dort gibt es inzwischen zwei Generationen des Elektroantriebs. Der 54er Akku soll für eine Reichweite von über 400 Kilometern sorgen. Auch beim Laden gibt es keine Abweichungen. AC-seitig fließen 11 kW und mit Gleichstrom sind es bis zu 100 kW. Die große Besonderheit des neuen Ypsilon liegt in seinem Design. Hier hebt sich das Elektroauto deutlich von dem eher zurückhaltenden Corsa Electric und dem dynamischen Peugeot ab. So gibt es beim Lancia ein auffälliges und leicht pfeilförmiges Tagfahrlicht über die gesamte Breite des Fahrzeugs. Zwischen dem Tagfahrlicht und der Fronthaube gibt es ein dunkles Design-Element, in welches der Lancia-Schriftzug integriert ist. Am Heck gibt es runde LED-Rückleuchten. Der Marktstart in Deutschland ist mit Einführung des neuen Agenturmodells für Mitte 2025 geplant. Preise nennt Stellantis noch nicht, der Lancia Ypsilon dürfte sich aber etwas über den bekannten Schwestermodellen ansiedeln. Die Förderprogramme für klimaschonende Nutzfahrzeuge und für alternative Antriebe von Bussen im Personenverkehr werden eingestellt. Das hat das Verkehrsministerium jetzt auf Anfrage von Electriff bestätigt. Bereits bewilligte Vorhaben werden noch ausfinanziert, dann ist Schluss. Seit Monaten ist die Befürchtung gewachsen, dass beide Fördertöpfe einkassiert werden könnten. Nur sehr große Optimisten glaubten zuletzt noch an eine Weiterführung der Subventionen. Unsere Anfrage beim Verkehrsministerium bringt jetzt Gewissheit. Es wird weder für eLkw noch für eBusse weitere Bundesfördermittel geben. Damit ist das verfrühte Ende beider Subventionen besiegelt. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr teilte uns auf Anfrage mit, dass aufgrund der Haushaltskonsolidierung und der Schwerpunktsetzung auf die unbedingt erforderlichen Investitionen nicht alle Förderprogramme im geplanten Umfang fortgeführt werden können. Dazu gehört auch die Förderung von klimaschonenden Nutzfahrzeugen. Die bewilligten Vorhaben der Richtlinie werden auf Grundlage des Haushaltes 2024 ausfinanziert. Mittel für einen neuen Förderaufruf stehen nicht zur Verfügung. Die eLkw-Subvention wurde nur zwei Förderungen alt, das aktuelle eBus-Subventionsprogramm nur drei Runden. Das BMDV will den Schwerpunkt nun auf den Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur legen und insbesondere Ladestationen für elektrische Lkw fördern. Wir bleiben noch kurz in Berlin. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat gestern seinen Abteilungsleiter für Grundsatzfragen, Klaus Bonhoff, mit sofortiger Wirkung entlassen. Den nicht ganz überraschenden Schritt hat eine Sprecherin des BMDV gegenüber Electriff bestätigt. Zugleich wurde Adam Mutwill, Leiter des Referats für Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Mobilität, in das Referat Eisenbahn versetzt. Als Begründung gab die Sprecherin einen Vertrauensverlust beim Minister an. Damit endet eine Lobbyaffäre, die in den vergangenen Wochen größere mediale Kreise gezogen hat, mit einem Paukenschlag. Hintergrund ist eine Vergabe von Fördermitteln in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für das Innovationscluster High Mobility an den Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Mit dem Geld sollte eine Kommunikationsplattform für Wasserstoffmobilität unterstützt werden. Bonhoff, der lange Jahre die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie geleitet hat und noch unter dem Verkehrsminister Andreas Scheuer ins BMDV berufen wurde, gilt in der Branche als Verfechter eben jener Technologie. Als Abteilungsleiter soll sich Klaus Bonhoff Ende 2021 für die Förderung und den möglichst kurzfristigen Förderbescheid stark gemacht haben. Pikant dabei, der Antrag kam von Verbandchef Werner Diewald, einem persönlichen Freund von Klaus Bonhoff. Man kennt sich seit Jahren, beruflich wie privat, Mails zwischen den beiden, die zuletzt im Spiegel öffentlich wurden, zeigen, wie sich der zur Neutralität verpflichtete Abteilungsleiter auf Referatsebene für die Bewilligung eingesetzt hat. Der Verdacht der Vetternwirtschaft führte nun zu seiner Entlassung. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Die nächsten zeigen wir Ihnen am Montag. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!